Ich weiß über das Haus nur, dass es nichts kostet, einen Pool hat und eine Woche uns gehört. Es ist viel zu spät. Palm Springs wartet mit den ersten Jinx. Leute, guckt doch mal das Auto. Bestimmt spielt er nur etwas. Gefallen dir solche Spielchen auf den Arsch? Wir haben dieses tolle Mordshaus für eine ganze Woche. Komm schon, nach der fünften Margarita weißt du nicht mehr, wer der Kerl war. Das ist hier der absolute Wahnsinn. Hallo? Niemand da. Nichts. Was zum Teufel war das? Was ist passiert? Es ist niemand da draußen. Wir drei sind hier im Nichts vollkommen allein. Ich habe gerade irgendwas im Garten gesehen. Lass uns in Ruhe! Er sprengt nicht an! Rachel! Wer bist du? Du darfst nicht gehen. Aufmachen! Jack! Nein!